Jo Leute und damit willkommen wieder zurück zu Blackwatch 2 mit Flash JA! Und wir haben jetzt die anderen Charakter und deswegen machen wir auch Zufall, weil wir uns nicht schneiden konnten ja warte, sollen wir die Charakter nochmal zeigen? Ich kann dir ja nochmal zeigen hier Bill, Zoe, Louis und Francis Jo Zufall Ja, Zufall Wir starten NAH! Was? Ist doch nix! Du weißt doch nicht, wen du warst! Einer von uns hat Zoe! Einer von uns hatten! Ja, einer von uns hat Zoe! Aber das ist ganz schön schnell zu laden diesmal, ne? Die ist nicht da! Ja, bei mir lädt das immer eh so ein bisschen komisch mit dem Ladevorgang Und da bin ich jetzt mal gespannt! Es ist dein Begräbnis! Es ist dein Begräbnis! Es ist dein Begräbnis! Es ist dein Begräbnis! Drei Folgen! Drei Kapitel sind es diesmal innen drin, ne? Ja! Kurzes heute! Drei Level kann man sagen! Ja, drei Level! Ein Kapitel mit drei Inhaltsleveln! Woos! Woos! Wer ist es? Wer ist es? Spannung pur! Wieso? Okay, Englisch! Wieso? Weil das doch dieses andere Addon ist! Haha! Dreh dich mal um! Hi! Na, Schnucki! Na, süßer! Wieso! Warum ist das denn auf Englisch? Weil das doch dieses andere Addon ist! Warte mal, ich mach mal... Ich glaub ich Multiplayer war das, ne? Wieso? Ach komm! Scheiß auf Untertitel! Video... Nein, ich lass den Untertitel aus! Ne, da war das nicht! Nein, ich lass den aus! Ich will jetzt noch was anderes gucken! Was denn? Als der Tour! Achso! Minipacks! Ähm... Untertitel! Ich will euch nix sagen aber... Na? Nö... Ich sag da nichts ja... Haha! Ist ein bisschen ärgerlich jetzt für dich! Also... Wir müssen darauf hinaus sagen, wir wollten beide Zoe haben! Ah! Und wir hatten vorher schon mal Zufall gemacht... Dann ... Hattest du glaube ich Luis, ne? Und ich Bill! Und jetzt ist es leider durch... 1. Den zweiten Zufall? Den wir... ...machen wollten! So passiert! Ja, naja. Kann man nix ändern. Ist egal. Jawoll. Was passiert? Muss. Muss. Ist halt so. Und so kann man uns nicht ändern. Ne. War zufällig gewählt und nicht den Kopf verliehen. Ne. Nimmst du die oder willst du die einfache? Glaube ich nehm die einfache. Ja, ich warte wie auf eine doppelte. Hä? Was denn? Hallo. Hallo. Ja. Das ist ja auch immer wahr. Irgendwo hinter uns, glaube ich. Alter! Boah. Naja, gut. Du bist ne Frau, deswegen. Nein, Bill. Ja, cool, ne? Du bist aber nicht Bill, mein Freund. Wollen wir nicht eigentlich mal weiter rennen? Ich warte ja auch nur drauf. Wieso warte ich nur drauf? Ich stand doch schon da unten. So. Ach, du bist da runter gesprungen, ne? Ja. Du kennst mich doch. Baseballschläger? Oh man. Du kennst mich doch. Ich spring doch immer gerne über und runter. Ja. Ich glaube, Messer nehme ich gerne, aber kein Baseballschläger. Komm. Habe ich letztes Mal voll gut durchgekommen. Dann lasst mich das. Ah, ah, Waffen. Kann nicht mehr. Wow, schön. Schöne Waffe. Nee. Aber Mutti gibt's hier nicht, ne? Schade. Na, ich nehme die Waffe. Wir müssen zur Brücke, ne? Weiß ich nicht. Ne, hier unten lang. Glaub ich. Komm nur der Brücke durch. Ah. Boi. Geil. Reloading. Kleiner. Oh. Wusste ich gar nicht. Komm mal hier. Jawoll. Ich nehme wieder lieber die Shotgun. Huh. Ja, ja. Wurde. Jetzt sagst du dir noch. Ey, meine. Scheiße, die wollte ich gerade nehmen. Ich war schnell da. Ja, ich hatte mein Adrenalin noch nicht benutzt gehabt. Ach, guck mal, da hängt einer wieder rum. Da bitte. Ja, burn burn burn. Mach mal burn. Ey, ich komme nicht wieder auf die Autos schießen, ok? Wir versuchen mal dieses Mal nicht auf die Autos zu schießen. Ach. Ich weiß was auch. Oh, Moody. Ey. Dann leg hin. Wo will der mit mir hin? Weiß ich nicht. Bullshit. Wo kam der denn nicht? Weiß er nicht. Ach. Der ist ja schon tot, oder? Warum springen die eigentlich über das Feuer rüber? Weiß ich nicht. Ich glaube, da müssen... Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen überhaupt. Weapons hier. Na ja, müssen wir auch. Weiß ich nicht. Das ist eine zweite Pistole? Nein, ne? Nö, nicht. Die hab ich. Die ist gut. Ey, wie bugt das sich da so ein bisschen bei mir rum? Ja, kann sein wegen diesen Odish Spoon, ne? Nö, nö. Das mit einmal die Zombies weg sind. Vor mir. Okay. Aber mir leckt sowieso irgendwie allgemein. Oh nein, nein. Guck mal, da ist Moni. Ja. Das ist lieber. Das bedeutet nicht irgendwas Gutes. Ja. Position. Oh. War mir klar, dass du mir nur wieder in den Rücken rein schießt. Ich war das nicht. Hier ist nix. Das waren die anderen beiden, die auf dich geschossen haben. Warum auch, dass ich nicht gleich auf dich schieße? Ich war das? Ey, was hat der denn fallen gelassen? Was macht der da? Ey, die lassen ihn irgendwo weg. Irgendwas fallen, die komischen Kerle hier. Ja? War so ne. Irgendwas fallen gelassen hier. Komisch. Ach ja. Machen sie sich vor den Kampf bereit? Ach nö. Warte mal, bevor du das Ding da öffnest. Ähm. Du weißt, was da drin ist, ne? Was? Es hätte sich... Ich mach die Tür nicht offen. Ich bin ein zierliches Vibe. Ich mach auf. Und weg da. Weg da. Weg da. Sehr tot. Ah nein. Nein. Nein, 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 nein. Schön, dass ich gleich tot bin. Oh, mich hat irgendeinen gerettet. Ich? NICHT ich weiß es nicht ich habe ein problem habe ein problem dass wir ihm heilen er hatte ich musste den gerätten ich habe keine untertitel an das sieht diesmal aus ich meine ich habe mich erschrocken Boah, Chacha. Jungen, ja krass. Meinst du, wo ich gedückt bin? Gedückt? Schon wieder das Wort. Hä, gedückt? Gedückt, meinst du? Nein, ich hab mich gedückt. Gedückt? Ah, Midi-Pack. Meins. Hey, was soll der Scheiß? Hey, komm! Nimm, ich hab das jetzt mitgenommen. Ich hab mich extra... Ja, dein anderes hast du wahrscheinlich da hinten liegen lassen, ne? Hey, ich hab doch eins verbraucht schon. Ja? Ich bin doch fast drauf gegangen. Na danke, das Midi-Pack wollte ich nehmen. Ich hab mich extra geheilt. Und du? Ich hatte mich schon... Minute vorher geheilt. Hätte ich mich nicht heilen brauchen. Ey. Bist nahe. Guck, weiter. Ja, du kriegst sie doch irgendwann. Außer müssen wir auf Bill auch achten. Bist nahe. Nein. Ach so. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ich wollte nur ein paar Zombies kühlen. Ne, ist Weapon. Weapon, aber kein Doppel. Na, dann nimm du meine einzelne Waffe, die ich hier hingeschmissen hab hinter dir. Nimm du die. Wieso? Nimm wo ich die mecknum. Ich hab die doch auch. So. Jetzt kommt irgendwie alles. Alter Schwede. Hier ist schon safe aus irgendwo. Irgendwo, aber wer warst du? Keine Ahnung. Na, erstmal reloaden. Da unten ist er Medi. Oh, gibt's aber viele Waffen diesmal. Ja. Ig, ich wollte mein Schaustürzen geberben. Ein bisschen schwerer ist, würde ich sagen. Nö. Also, es geht jetzt mittlerweile los. Ja, mal gucken. auf drei Level ist das ganz ok. Wo's incoming. Ach von hinten. Oder? Ach so. Ja, es geht, aber light ist incoming. Ach, das war... was fürn incoming. Da kam nix. naja ja ja jetzt kommen sie ja da schon noch was naja naja ich gehe gerade schon hoch obwohl jetzt so eine waffe wobei zu einer waffe wir müssen doch und naja die mann hat man alle weg hier zum zombies ja die kommen zu mir ja hallo hallo zombies könnt ihr mich mal in ruhe lassen hallo zombies ich kann ja nicht ich weiß gar nicht wie man rennt geht doch gar nicht so verletzten ach ja schön das sind hier was habe ich selber mir wollte ich ein ich halte mich bei dem englischen stört mich auch nicht so schon kann man machen und der knurler so dass was aber alles abbekommen okay oder was macht denn da gerade für eine geile waffe